Wirtgruppe Hängersberg, was machen wir? Wir machen Elektroinstallationen, die klassische Geschichte. Wir machen wirtregenerative Energien, dann haben wir Heizung, Lüftung, Sanitär und ganz besonders auch die Wärmepumpe im Verbund mit Elektro. Dann nicht zu vergessen ist unsere Alarmsparte. Wir machen Alarmanlagen, wir machen Brandmeldeanlagen, alles was in unserer Sicherheitstechnik liegt. Wir machen für alle Objekte die Planung als auch die Ausführung und versuchen hier das Beste für unsere Kunden zu machen. Ich arbeite bei der Wirtgruppe als Projektleiter. Zu meinen Tätigkeiten gehört die Abwicklung von Projekten. Das geht zu Anfang an bei der Ausführung bis zur Abrechnung. Das ist sehr abwechslungsreich. Man sieht viele neue Sachen, jede Baustelle ist anders und im Grunde macht es eigentlich wirklich Spaß. Für unsere Mitarbeiter machen wir alles, dass es ihnen bei uns im Unternehmen gut geht. Unsere Mitarbeiter machen auch alles, dass es dem Unternehmen gut geht. Das heißt, unsere Strukturen sind praktisch nicht nur von oben herab, sondern der Mitarbeiter ist unsere Quelle, ist unsere Stärke und muss das Ganze natürlich auch abliefern. Und ich denke, dass es auch großen Spaß macht, hier in der Wirtgruppe zu arbeiten. Das Schöne bei uns ist, dass man selbstständig arbeiten kann, abwechslungsreich, jeden Tag was anders. Und einfach, mei, der Chef schaut nicht auf alles, kontrolliert nicht alles und lasst dann auch selbstständig meine Vorleistung gehen und seine Sachen selber regeln. Das wird dann schon. Der Standort Landkreis Deckendorf ist uns sehr, sehr wichtig. Wir haben hier bedingt durch den Hochwasserschutz größte Probleme gehabt, einen Erweiterungsstandort zu finden. Wir hatten aber hier große Unterstützung vom Landratsamt und allen beteiligten Fachstellen, bis wir hier so stehen können, wie wir stehen. Das steht für Menschen, ihr derive wirklich nicht. Wir haben hier über die Bring mir an Zeit Cordernimus. Untertitelung des ZDF, 2020